So, nach Windenstaat bin ich jetzt mittlerweile auf fast 1200 Meter und ziemlich bald an der Wolkenbasis und ich werde jetzt versuchen bis oben hin auszudrehen und dann werde ich in Richtung Osten fliegen, also in Richtung Ostsee. Wollen wir mal schauen, wie weit es geht. Inzwischen ist es auch unten, ihr könnt das sehen, einer von meinen Kollegen gesteigt, äh, gestartet, um an derselben Stelle einzusteigen, wo ich eingestiegen bin. Da werden wir sehen, ob ich da wieder zukomme. Aber es sieht nicht so aus. Es wird jetzt mittlerweile auch ziemlich kalt, muss ich sagen. Unter mir seht ihr einen Segelflieger. Einer von unseren Freunden. Auch auf Strecke. Yippie. Vermutlich, nehmen wir mal an, von Neumünster aus gestartet, wo wir ja früher auch mal geflogen sind. Und vielleicht auch nochmal fliegen. Wer weiß. Aber im Moment ist das unser Gelände hier. Wir sehen, es geht super. Super. So, ich sehe die Wolke so langsam. Ich glaube, gleich sind wir an der Wolke. Geil, wir sehen uns hier in der Wolke. Und wir sehen, dass wir heute wieder daarson haben. In diesem Moment sind wir immer wieder. Ja, wir sehen uns hier bei uns einfach mal das Ungegenhaiter. Und wir sehen uns auch ganz unten. Und wir sehen uns hier wieder. Einmal hier. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns hier ein bisschen. Wir sehen uns hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 So, ich fliege auf direkten Wege die Wolke vor mir aus an und ich hoffe, dass da wieder was geht. Und beim Startort habe ich mich inzwischen verabschiedet. Ich denke mal, da brauche ich auch nicht mehr hinkommen. Aber ich denke, ich werde jetzt auf Strecke gehen. Bet's geht. Bet's geht. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wolke vor mir sieht ziemlich vielversprechend aus und ich werde mal probieren, ob da was geht. Und hier liegt auch eine Ortschaft mit wieder großen, trockenen Acker und ich hoffe, dass die ziehen. Ich habe die Chance. Sonst müssen wir weiter gucken. Ich habe die Chance. 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 Ich habe die Chance.